Große Enttäuschung bei den Fishtown Pinguins gegen die Heilbronner Falken gab es am Freitagabend eine deutliche 1 zu 5 Niederlage. Die Mannschaft, das Umfeld sicherlich enttäuscht, die Fans auch. Neben mir sitzt der Teammanager der Pinguins, Alfred Prey. Auch Alfred, du wirst enttäuscht sein nach diesem Spiel. Aber man darf nicht vergessen, im Moment steckt die Mannschaft in einem Loch. Es klappt einfach nicht. Und wenn man es vergleicht mit dem letzten Heimspiel hier gegen Bietigheim war, schon, obwohl es eine hohe Niederlage gegeben hat, doch eine Leistungssteigerung zu sehen. Ja, im Moment ist es so, okay, man hat den Eindruck, man kann machen, was man will. Und wir finden immer irgendwie einen Weg, das Spiel dennoch zu verlieren. Ich meine, wir haben heute besonders, wenn man sich das zweite, drittel anguckt, glaube ich, kann man wirklich ansprechend das Eishockey geboten. Wir haben Chancen noch und nöcher. Aber die Chance ist eigentlich wie verhext. Scheibe geht nicht ins Netz. Und letztendlich, okay, wenn man keine Tore schießt und der Gegner nutzt seine Gelegenheiten aus, dann verliert man 1 zu 5 und dann ist das so. Okay, aber das ist nur eine Momentaufnahme. Wir haben in diesem Jahr schon viele, ich sag mal, glückliche Stunden erlebt. Und jetzt im Moment sind wir vielleicht ein bisschen, da, okay, ein bisschen angeknackst und ein bisschen traurig. Aber okay, wir werden alles geben, um diesen Umstand zu ändern und hoffen, dass wir irgendwann auch wieder auf die Siegerstraße zurückfinden. Eigentlich, ich glaube, uns fehlt einfach mal so eine Art Befreiungsschlag, so ein kollektiver Befreiungsschlag, einfach mal ein Sieg und dann wird das auch wieder gut werden. Zum Beispiel in Schwenningen. Die haben jetzt acht Mal in Folge gewonnen. Den könnte man ja mal so richtig die Feierrei verderben am Sonntag. Ja, okay, wir würden jeden gern jetzt im Moment die Feierrei verderben. Aber ich meine, die Schwenninger, die werden wahrscheinlich natürlich alles tun, um das zu verhindern. Aber wie gesagt, wir fahren natürlich auch nach Schwenningen. Das ist keine Kaffeefahrt für uns. Wir werden uns in Schwenningen richtig ins Zeug legen. Und dann vielleicht schaffen wir ja in Schwenningen die Sensation. Die Pinguins haben einen Durchhänger. Das ist ja nichts Neues. Das hat es in jeder Saison einfach mal gegeben. Und immer wieder haben es die Pinguins auch geschafft, sich zu befreien und immer letztendlich auch ins sichere Fahrwasser zu kommen. Es ist also jetzt nicht an der Zeit, SOS zu funken bei den Pinguins. Nein. Ich meine, dann hätten wir alles verkehrt gemacht. Wir haben in dieser Hochphase, sage ich mal, haben wir uns überzeugend in die vorderen Tabellenränge gespielt. Und da war, ich sage mal, Friede, Freude, Eierkuchen. Alle waren zufrieden. Und jetzt haben wir ein paar Spiele verloren. Jetzt kann ja nicht alles schlecht sein, was vorher gut war. Man muss jetzt einfach ein bisschen Vertrauen haben. Man muss ein bisschen Nervenstärke vielleicht auch zeigen. Und wie gesagt, ich glaube, auch wenn ich mich jetzt hier wiederhole, wir brauchen einfach jetzt mal einen Sieg, um uns wirklich auch im Kopf mental zu befreien. Und dann wird das auch wieder besser werden. Schauen wir noch mal ein bisschen auf die Personalien. Ihr seid dabei, das war zu hören. Sergej, ist das einen deutschen Pass zu besorgen, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt? Gibt es da schon eine Wasserstandsmeldung? Wie weit ihr in dieser Sache seid? Ja, okay. Also wir besorgen niemand irgendwelche Pässe. Das machen wir auch nicht bei Sergej Stass. Bei Sergej Stass ist eigentlich so, Sergej ist eigentlich Deutscher. Er ist hier in Deutschland aufgewachsen, ist hier in Deutschland zur Schule gegangen, hat in Deutschland hier Realschulabschluss gemacht, hat eine Lehre gemacht, hat Fachhochschulreife, spricht perfekt Deutsch. Also von deutscher Seite ist das gar kein Problem. Das einzige Problem, was ist, dass Sergej in Minsk geboren ist und somit dort die weißrussische Staatsbürgerschaft erlangt hat. Und von deutscher Seite oder nach deutschem Gesetz kann er morgen einen deutschen Ausweis haben. Und das von am Beginn, seit er, sagen wir mal, in Freiburg groß geworden ist. Es liegt einfach nur daran, er muss aus der weißrussischen Staatsbürgerschaft entlassen werden. Und das ist das, was eben eine formale ist oder ein formaler Akt, der etwas länger dauert, weil einfach in Weißrussland wahrscheinlich die Bürokratie nicht so schnell arbeitet wie in Deutschland. Habt ihr so ungefähres Zeitfenster, so eine Vorstellung? Nein, haben wir überhaupt keine Vorstellung. Okay, wir, es ist alles von Sergej, Seite ist alles mehr oder minder vorbereitet und wir warten jetzt einfach, okay, bis dann aus Weißrussland das Signal kommt, auf das wir alle warten. Das nächste Signal sollen die Penguins auf jeden Fall setzen, möglichst mit einem Sieg, hoffentlich schon am Sonntag in Schwenningen. Danke, Alfred, für dieses Interview.